So, und willkommen zu einer weiteren Folge Minekrafts-Morch mit dem Zombay. Hallo zu der Welt. Hallo Welt, ich bin Zombay und bin heute bei German Let's Play abonnieren mit einem Kanal dabei. Oh, das sind Raketenwerfer. Nee, hab ich gar nicht. Ey, warum? Hey, folgt doch Frieden! Ich mach das nicht, das macht ihr von alleine. Ich kann, Alter, ich konnte nicht mehr springen, Alter, was war das? Du warst halt in meiner Kombo drin. Kombo. Nee, Alter, ich... Komm her! Ja, Selbstmord, nice. Bist du auch tot? Nein. Nein! Ja, geil, ey. Er hat mir einen Tod. Nice, da ist noch einer übrigens. Kein Problem. Oh, Mann. Stadtgleich im Part neu! Ja, genau, und er fliegt gar nicht. Danke. Hast du daneben geschossen, Luke? Hab ich gar nicht. Mach dir mal mehr Gedanken, wo du hinschießt. Die sind teuer, solche Raketenwerfer. Okay. Wohin könnte ich denn gehen? Äh... Hallo? Gibt es hier eine Waffe? Nee. Ja! Ah! Ja, gibt es! Voll in die Luft geballert. Hä? Ich dachte... LOL! Ja, okay. Natürlich. Okay, ich hatte schon 140. Ja gut, das war es dann mit der Runde. Nein, 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 nein. Meine... Was ist denn die... Hä? Hä? Was ist passiert? Meine Grenate. Achso. Ah. Ah. Kann ich mitbekommen, dass es seine war. Ah. Ja, 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 ja. Äh... Gibt es noch... Äh, Items? Nee, nee. Ich habe natürlich aber da nur die Explosiven eingestellt. Ja, ja, weil wir so viele Leben haben. Das habe ich gesehen, dass wir irgendwie so... Ich kann nur zwei, drei Leben haben. Acht. Bin ich irgendwie blind? Ja, ich sehe gerade auch nichts. Ah! Ja, genau, Alter. Wie weit. Guck mal, wo ich bin, ey. Nein, du hast einfach noch einen. Ja, geil. Komm, mach direkt zum Spawn. Aber du versteckst dich. So genau in die Fresse rein, Alter. Ah, tot. Ernsthaft? Ich glaube, auf der Map stirbt man recht easy. Würde ich mal sagen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ins Gesicht, ey. Ja, ich bin einfach wie tot. Hey, du bist tot? Ja. Ach, wegen der Singularity wahrscheinlich, ne? Ja. Ja, wo bist du denn? Ich falle sehr lange. Ach so. Schade. Oh Gott. Oh Gott. Komm, komm, komm. Oh, schade. Meine Nase juckt. Meine Nase juckt. Das sehe ich nicht. Ah! Oh, das ist so weh. Ach, Mann, ey. Aber wie schon wieder fast gleich auf ist. Ey, was los, Digga? Ja, unfair. Oh mein Gott, ich sehe etwas Wunderbares. Ha, getroffen! Ah, ich brenne! Meine Seele! Ah, ich bin doch ein Vampir. Nein, Moment, ich bin ein Zombie. Ah! Ja, natürlich, lol. Hab ich mich gerade... War das dein oder war das meine? Ich hab deinen hingeworfen. Ach so, ja. Da hab ich mich hingelaufen. Nice. Oh, ich hab sie früh geschossen. Selber getötet. Ja. Nice. Verdient. Verdient. Oh. So bin ich sehr nett, Manuel. Doch. Ich bin der Manuel. Oh nein, was ist das? Ich weiß es nicht. Eine Singularitätsbombe. Nein! Nein! Da ist jemand wütend. Nicht wütend. Ängstlich. Ach so. Hä? Da warst du ja gar nicht. Oh, Feuerbälle. Ich bin Mario. Oh, die war geworfen. Nein, das schaff ich nicht. Alter, das ist knapp, ey. Aua. Nein! Lol, ich habe dich damit getroffen. Nicht die Wand oder so. Ich bin noch mal runtergefallen. Ja, steht 2 zu 2. Lol. Ich habe einfach gehofft, dass dich das trifft dann. Und es hat geklappt. Ich hab gekufft. Huch. Hör bitte auf damit. Hör bitte auf damit. Oh. Da versteckt er sich in Löchern. Gar nicht. Ich bin hier tapfer und klettere auf die Berge. Oh, ups. Total daneben. Gut, dass ich runtergefallen bin. Geh weg. Bewege mich einfach komplett. Unpredictable. Unpredictable. Ach, jetzt fällt er wieder ein Faustkampf auf einmal. Alter. Alter, war das knapp. Alter. Ich war fast tot. Oh, ihr geil, Digga. Hör bitte auf. Ah. Ah. Tschüss. Er ist tot. Er ist tot. Er wird das nicht überlegen. Ja. Nein. Ja. Wie er sich gefreut hat. Wie er sich einfach nur gefreut hat. Alter, wie weit schaffst du es denn? Ich stand auf dem Zuschauergebäude. Ja, würde ich das auch sagen. Aber ich bin dann runtergesprungen, weil ich glaube, da wird man getötet, wenn man zu lange draufsteht. Auf, ach so, auf der echt. Ja, ja. Krass. Ja, es bringt halt auch nichts. Nee, tot ist tot. Ja, genau. Lol. Ich versteck mich extra dafür. War das meine? Vergess das immer. Ja. Ja, ich bin tot. No. Einfach so ein Faulschlag. Ich bin tot. Haha, ihr geil, Digga. Hey, ich kann dich gar nicht schlagen. Aua. Warum kann ich nicht... Lol. Ach, wie glücklich. Es gibt einfach 80 Richtungen, wo Wände sind und ich fliege genau in die, wo keine ist. Nein. Mann, will nicht sterben. Nee, danach war ja sogar noch irgendeine Granate da. War das meine oder war das deine? Ich vergesse es irgendwie. Ich bin gerade sowas von... Ich glaube, das war seine. Deine. Deine. Seine. 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 Okay. Tom Bay denkt, es war seine. Aber hat er damit recht? Oder ist er nicht recht? Sag es mir. Sehen wir beim nächsten Mal. Siehst so intelligent aus, Alter. Wenn du jetzt so eine Brille tragen würdest, dann... Wow. Dann hat meine Mutti auch immer gesagt, dass ich... Dann könntest du ein Prophezer sein. Prophezer, Eich. Prophezer simpel. Ah, ja. Mach weiter, damit's ja geil, Digga. Ah. Ah. Oh. Oh. Ja. Richtig. Und jetzt ist Lava. Ah. Ah. Das ist ne Sawwalle! Oh nein! 22 Sekunden werden sterben! Wir müssen uns beide Eicheln amputieren, damit wir überleben. Der Schlüssel in die Freiheit ist in unseren Eicheln. Ja, genau. Beide Hälften jeweils in einer der beiden Eicheln. Geil. Ach, Mann. So, wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Ja, wir wollen hinten gucken. Ich würde alle ein bisschen mitmachen. Was? Alter, red mal Deutsch, Junge. Loll! War das deine, war das meine noch? Ich habe auch eine geworfen. Wie du einfach noch grün bist bei mir. Grün hinter den Ohren. Grün, grün, grün sind alle meine Zombies. Wie das nichts gebracht hat, Loll. Grün, grün sind alle Manuels. Nee. Oh, TNT-Päckchen. Oh, was denn? Wo denn? Au. Ich bin gestorben. Ernsthaft? Ah! Oh nein, nein, nein! Oh! Alter! Da war Lava! Nicht da Lava, Lava. Mal Lava, oh! It's a bombastic! Oh Gott! Oh! Hier fließt ein bisschen Lava rum. Hilfe! Die habe ich gesehen, die... Singularer Tour. Die Singularer Tour. Oh! Gib's dir mal bitte irgendwo tolle Items. Bitte. Viele tolle Items, die gibt es überall zu sehen. Nein, 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 nein. Oh! Oh! Nein! Was mache ich denn, Alter? Komm, mache ich hier noch eine Bombe hin? So, habt ihr noch eine Bombe hingepackt? Und die mich dann wegkriegt? Nice. Ohne die Bombe wäre ich wahrscheinlich gestorben. Ich weiß es nicht. Nice. Ohne die Bombe wärst du nicht gestorben, Manuel. Red mal Deutsch. Hab ich doch gesagt? Nein, nein. Du hast es nicht nicht gesagt. Was? Ja, genau. Lol! Wo für? Oh! Ach, scheiß drauf. Ich hab sie nötig damit zu zielen. Oh Gott! Ich auch nicht. Ich merk schon. Gibt's ja mal irgendwo Items hier unten? Hä, was soll das? Nee, ich geh da nicht runter da unten. Es ist lageweilig. Es ist echt. Es ist echt. Ich komm hoch. Ja, ist mir auch viel zu sicher und alles. Ja. Alter! Nein! Haha! Ich lass dich gar nicht hoch. Hä? Was war das? Was war was? TV. Nix. Okay. Manuel. Wo sind Items? Keine Ahnung, ich seh auch nix. Was? Was machst du? Nix. Du hast mich die nur mal geworfen. Nein, du hast mich nicht mal geworfen. Du hast mich einfach wieder abgesetzt. Hä? Da war ein Item! Ich drück die ganze Zeit rechts, klick aber erheb dich nicht auf. Ja, ich weiß. Kenn ich. Kenn ich. Den Fehl einer Motrix. Oh nee, die mit präpariert sich. Was? Nein. Das ist so schrecklich. Nein! Wie scheiße! Oh nein, 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 nein! Ja! Ich hab mich selbst getötet! Ich lebe noch! Woo! Woo! Das ist wirklich das Schönste, ne? Wenn du denkst so, okay, ich hab mich selber geopfert und dann merkst du, oh es hat nichts gebracht. Es hat einfach nichts gebracht. Oh! Dieser scheiß fette Raben, der dich da festgehalten hat. Was? Hast du mein Leben? Bist du tot? Nein. Oh gut. Oh lol! Ah! Als ob du stirbst. Nein. Ich bin nur an der Treppe runtergefallen. Das geht ja noch. Wie im echten Leben. Dabei ist es gar keine Treppe, sondern Gonzo, der dich schlägt. Oh nee, Gonzo, nicht schon wieder. Hä? Hui. Ich hab mich selber angegreift. Ich hab mich gerade selber angegreift. Oh, da ist was hinter dir gespawnt. Ah. Tschüss. Bis zum nächsten Part. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Bist du tot? Ja. Nice. Okay. Hier bin ich safer. Ja genau, wie du einfach nichts abbekommst, ey. Hä? Ich hab Schaden bekommen. Ja, wow, geil. Kratz. Oh nee. Oh nee. Waffel. Lol. Was machst du? Wunderfall, weil ich nicht weit genug springe. Guck mal, Sonys. Oh nein. Ja. Hä? Nice. Nice. Ja, cool. Ja manchmal, manchmal bleibt man da verhängen. Versteh das auch nicht. Manchmal ist man da verhängen geblieben. Verpackter Scheiß. Bist du bitte. Oh. Oh ja. Soll ich dir glauben? Ja. Nein. Timmt. Manchmal bleibt man einfach hängen. Hä? Lai? Nice. Du schaffst es. Von der Catch em o- uh. It's you and me. Mann, warum ist die Map so hoch? Bin ich gut? Ich nicht. Sonst wär ich tot. Ja, ich weiß. Bin ich überhaupt schon mal gestorben? Ja, ne? Ich bin dem Over. Ernsthaft? Was hast du getan? Äh, siehst du meine Leiche noch? Die brennt hier nämlich gerade noch auf der Map. Nee. In der Mitte von der Obsidian-Ebene. Steht bei dir da, dass du gewonnen hast? Nee. Okay, dann warte ich, bis du dich jetzt noch zweimal tötest. Nee, 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 warte. Ich sehe gar nichts, weil ich den Chat aus habe. Achso. Nee, die Runde ist noch nicht vorbei, nämlich. Hä? Ich habe noch nicht auf Respawn geklickt. Achso, achso. Wo ist denn da eine Leiche? Äh, in der mittleren Ebene, da wo diese Obsidian-Kreise sind. Ah, ja, ja. Da bin ich. Okay. Genau, da liegt die irgendwo. Warte, vielleicht siehst du mich irgendwann. Ja, rennen wir rum. Ah, da. LOL. Ja, bei mir stehst du einfach nur da. Genau. Kannst du mich... Ja. Ich bin tot, ich habe mich selber getötet. Du hast meine Leiche aber rausgekickt. Sie fällt runter. Minus eins. Jetzt bin ich gestorben. LOL, was war das denn? Jetzt hast du gewonnen. Hä? Du musstest meine Leiche töten, um mich zu versiegen. Geil, die Leiche schänden. Sah ein bisschen so aus, als wäre es AFK gewesen, aber okay. Kann man ja mal machen. Ich hatte ein Todesbildschirm. Komm, komm. Ah! Oh Gott. Da wollte mich einer anreifen. Du hast dich in die Lobby gesprengt. Ja, ich glaube auch. Ich wäre bei Inception, da muss man auch sterben, um wieder zurückzukommen. Du, 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 du. Du, 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 du. Du, 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 du. Okay, gut. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung doch. Schaut in die Playlist. Äh, guckt auch in Rocket League Videos vorbei. Ja, ja. Und Bad Wars und so weiter. Und abonniert Manuel. Ja. Ja. Aber eine Sache hast du vergessen. Verdammt! Was denn? In der Videobeschreibung ist der Zobel. Ende. Tschüss. Ja! Ah! Hä? Wollte ich nicht. Hör, komm mit rein. Hallo! Ah!